Heyo Freunde, ich bin's Lamy. Heute spielen wir mal Roblox Murder Mystery und mit dabei ist die Emily. Hallo. Lass uns mal für die nächste Map voten, ja? Okay. Es gibt Hotel, Menschen, zwei und... Lass mal Bank nehmen, oder? Ja. Ja, die nehmen alle Menschen. Warte, oder? Ich weiß jetzt nicht, was genommen wurde. Ich glaube aber, dass... Ja, weil da standen sehr viele drauf. Okay, die Map... Hey, was ist denn für ein Schweinchen da? Das ist ein Hund, Lamy. Hund? Nee. Und ich bin... Ich bin innocent. Innocent. Ey, hier ist der Mörder. Ey, der läuft einfach mit dem Schwert rum. Wie sieht der denn aus? Das ist ein Mädchen. Ah, hier, Lamy, komm mal her. Ich bin hinter dir, Treppen runter. Warte mal hier im Gang, ich verfolge die Mörderin. Okay. Ja. Ist das die mit dem... Ah, warte, ich dachte... Oh Gott, oh Gott. Ich darf mich jetzt nicht schnappen lassen. Hab dich gerade gesehen, aber... Wo wirst du hin? Die ist hier, die ist hier hinter mir. Wo bist du denn? Die hat die ganze Zeit das Messer an der Hand. Hä? Die hat das Messer die ganze Zeit in der Hand. Ey, hier ist der Sheriff. So, Sheriff, du schaffst das schon. Okay, die treffen sich gleich. Hä, wo schießt er denn hin? Oh, oh. Komm schon. Ah, ich seh die. Und Sheriff ist tot. Warte, ich hol mir die Waffe. Oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott, Lamy. Nein, jetzt holt er die Waffe. Ich glaub, die verfolgt uns. Wie ist der? Warte, lass mal hinter dem mit der Waffe bleiben. Die verfolgt uns, Lamy. Hä, wo läuft der denn hin? Die verfolgt dich, die verfolgt dich. Ja, das passt schon, das passt schon. Oh Gott, oh Gott. Alles easy. Hier, hier. Hä? Wie ist hinter dir? Ey, der Sheriff hat mich abgeschossen. Wie der Sheriff hat dich abgeschossen? Was? Wo ist denn die Waffe? Ich zieh die Waffe. Hä? Ich muss mir die holen. Warte, ich spektate dich. Oh mein Gott, ich hab die Waffe. Oh mein Gott. Ist sie hinter mir? Ja, ja, ja. Du könntest dich umdrehen. Nein, nein, nein. Oh nein. Hat die gewonnen? Ne, noch nicht. Ich war grad so hektisch. Ey. Du weißt nicht, wie dumm das war. Einfach der Typ mit der Pistole schießt mich einfach auf. Ohne Grund. Hat die dich einfach umgeschmetzelt. Ja. Ja, wir sehen uns in der nächsten Runde. Okay. Mal gucken. Also, bei mir sind hier noch keine Maps. Boah, die Map ist cool. Siehst du die Maps? Ah, jetzt. Ne, Spaß. Ich möchte in Krankenhaus gehen. Krankenhaus, Factory oder Polizeistation. Ich finde Krankenhaus gut. Okay. Ja, auf der Map habe ich noch nie gespielt. Ich glaube, die ist sogar neu. Guck, Lamy, das ist ein Hund. Hund, warte mal. Ja, komm mal gucken. Ey, wo hinten sieht das aus wie so ein kleines Schweinchen aus Minecraft? Jetzt wirklich. Und ich bin... Innocent. Aber ich habe eine 15%ige Chance, Mörder zu werden. Ich auch. Und das ist eine Pizza. Warte mal, ich suche mal den Sheriff. Wenn der schippt, dann habe ich die Waffe. Weil dann haben wir nur gewonnen. Oh mein Gott, ich habe den Mörder. Ich bin tot. Nein, oder? Oh nein. Ist das die mit den lilanen Haaren? Ja. Okay. Oh nein, 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 nein. Das ist sie gar nicht. Hä, das ist noch mal? Nein. Die war vorhin schon Mörderin. Wo ist die noch mal? Hä, wie unfair. Warte. Warte. Ich läuft ja gerade jede mit her. Wo ist denn der Sheriff, wenn man ihn einmal braucht, ey? Noch einen? Oder die hat noch einen? Yo. Hast du den Sheriff? Was ist der denn hier? Nee. Warte. Ja, die hat mich gesehen. Ich muss kurz abhauen. Aber der Sheriff lässt sich nicht blicken. War das doch nicht die mit der Rüderin Haaren? Und? Wir haben gewonnen. Sehr gut. Oh. Hast du gut gemacht? Und? Innocent. Und ich bin auch innocent. Nein, ich sehe, du bist Mörder. Wie kannst du das denn sehen, Lamy? Du bist Mörder. Außerdem habe ich eine 15%ige Chance, Mörder zu werden. Du bist Mörder, ich weiß es. Also mal gucken, ob ich in der nächsten Folge Mörder bin. Du bist jetzt Mörder. Ich habe es gesehen. Woran hast du das denn gesehen, Lamy? Spaß. Aber ich wollte dich nur testen. Aber du bist schon auffällig. Kann sein, dass du Mörder bist. Also ich suche gerade noch ein bisschen Gold. Da habe ich nichts dagegen. Hier ist der mit dem Hund. Der ist schon sehr auffällig. Oh. Warte. Was ist denn? Der Mörder hat gerade irgendjemanden umgeschnetzelt. Hier. Hier war das. Ich glaube, das ist die mit dem Schmetterling. Die mit den Flügen. Ja, die verfolgt mich gerade auch. Warte, das will ich sehen, wenn ihr nicht kommt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ne, die ist weg. Nein, nein, nein. Mein Herz hat gerade irgendwie ein bisschen... Bist du das? Oh, die ist hier. Warte mal. Die läuft mir hinterher. Ne, das ist die gar nicht. Ne, das ist die gar nicht. Die ist mir aber auch hinterher gelaufen. Ey. Hä? Wer ist das jetzt? Du bist das. Du bist das. Hundertprozentig. Oder? Ich. Du bist das. Du bist das. Mann. Bist du wirklich? Wer weiß. Aber auch... Also, wer weiß. Also, äh, äh, Lüge, Lüge. Nein. Ich bin es nicht. Ich bin ehrlich. Ich bin, ähm... Ich bin eigentlich schon nur am... Ey. Du hast dich verraten. Du bist, oder? Du bist... Du kannst so schlecht lügen. Mann, Lamy. Was hol dir die mit den Schmetterlingflügeln? Ja, guck. Siehst du? Ey. Hä? Aber wo ist der Sheriff? Ja, schnell, Lamy. Lauf. Ja, komm. Ob du mich schwimmt bist? Nein, ich laufe dir nicht hinterher. Weil nachher holst du dir die Pistole. Und dann schmetzelst du mich um. Äh, warte mal. Nein, 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 nein. Warte mal, du bekommst dich nicht. Nein! Oh mein Gott. Ich bin so an dir vorbeigelaufen, Lamy. Folge ich jetzt mal und versuch die mal wegzuschnetzeln. Zack, 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 zack. Ey, der Sheriff ist ja gar nicht hier. Ja, wir haben gewonnen. Nein! Nein. Hä, wie lange brauchst du denn, ey? Oh, Mann. Ich war das erste Mal Mörderland. Der schlechteste Mörder der Welt. Ja. Schlecht war ich jetzt auch nicht. Die Emily. Das war aber echt aufregend für mich. So, weiter geht's und ich bin innocent. Schade, schade. Nein, ich glaub dir nicht. Ich glaub dir nicht. Ich wär echt gerne Mörder. Nachdem ich in der letzten Runde Mörder war und du hast gerade sehr komisch reagiert. Ja, ich bin wirklich innocent. Kannst du mir schon glauben. Oh nein, ich glaub dir nicht. Ich glaub dir nicht. Ja, okay, dann komm her. Bist du das? Ich bin Mörder. Bist du das? Bist du das? Nein, ich bin nicht Mörder. Sicher? Also, ich bin Sheriff. Ich hätt's jetzt ausprobiert. Ich hab dir echt nicht geglaubt. Und jetzt, da siehst du, hast du gehört? Ey, 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 siehst du noch? Nein, 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 ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt. Geh dich um, das ist der Mörder. Nein, ich möchte nicht. Doch, das ist der Mörder. Ja, wo ist der? Da, nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ey, Joke, du weißt, ich hab's nicht geschafft. Das war zu hektisch für mich. Oh, Emily. Die beste. Mann. Ich bin ein schlechter Mörder und ich bin ein schlechter Sheriff. Ja, wenigstens bin ich gut innocent. Ist ja auch so schwer, ne? Ich bin... Ey, das kann nicht sein. Ich hätte gesagt, das wäre die letzte Runde. Ich glaube dir nicht. Aber leider bin ich kein Sheriff, um das zu überprüfen. Also, ich bin innocent. Ich bin auch innocent. Ich glaube dir nicht. Ich bin tot. Der ist hinter mir. Ich bin... Nein, nein, nein. Ich glaube dir nicht. Du bist das Lamy. Du bist das Lamy. Ja, dann glaub mir halt nicht. Warum liegt dann da eine Leiche? Ja, weil er mir hinterhergerannt ist. Nein, da war niemand hinter dir, Lamy. Natürlich. Du versuchst mich zu veräppeln. Veräppeln? Du versuchst veräppeln. Zack, 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 zack. Schau mir hier einfach ein paar München ein. Oh, wo bin ich denn hier? Hä? Wo bin ich denn hier? Ich wusste es, Lamy. Ich wusste es. Wo bin ich denn hier? Lamy. Du schaffst es nicht. Du schaffst es nicht. Du bist so nervös. Du bist so nervös. Hör auf, mich nervös zu machen. Warte mal, ist der hier drin? Wo ist der Sheriff? Ich habe es ganz genau gewusst. So. Ah! Emily. Ich weiß, wo du bist. Nein, ich weiß nicht. Doch. Lass mich bitte in Ruhe, Lamy. So. Warte mal, die will hier abholen. Hä? Wie sind die da reingegangen? So. Ah, okay. Perfekt. So. Boah, das ist vorteilhaft. Die hat so Spuren hinter sich. Ja, die habe ich auch eben schon gesehen. Und? Ich habe sie. Emily, du bist die Letzte. Hallo? Nein, nein, nein. Nein, ich bin die Letzte in Ruhe. Ich war so... Ich war einfach viel zu... Ja, so spielt man Mörder. Ganz einfach. Oh, Lamy, das war ungerecht. Freunde, ich würde sagen, das war der perfekte Abschluss für diese Episode Mörder-Mystery in Roblox mit Emily. Und ja, ich habe Emily wieder mal gezeigt, wie man Mörder spielt. Und ja, gib einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke rechts daneben und schaltet morgen beim neuen Video ein. Und ja, tschüss. Tschüss. Tschüss.